Guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Vlog. Heute fange ich meinen letzten Vlog an, der hier bei mir zu Hause ist. Also ich habe noch eine Woche und heute in einer Woche sitze ich schon im Zug nach Wien. Ja, ich bin richtig excited. Ich freue mich total drauf, aber irgendwie ist auch alles noch total unwirklich. Also ist ein bisschen eine komische Zeit, um zu ziehen. Falls ihr euch fragt, warum meine Haare so dunkel sind, schaut beim letzten Vlog vorbei, da haben wir mir immer wieder die Haare getönt. Und Janine hat sie immer toll gemacht. Ich glaube, ich habe hier noch nie gevloggt, aber ja, ich war eben gerade schon bei der Post. Ich habe drei Sachen für Kleiderkreise verschickt, ein Paket und zwei Päckchen. Jetzt werde ich mir Frühstück machen, weil ich glaube, es ist jetzt schon so 11 Uhr oder so und ich kriege langsam Hunger. Und wir haben von gestern, weil wir gestern ein Poke Bowl gemacht haben, noch ein bisschen Avocado übrig. Und ich liebe Avocado Brot oder Avocado Toast. Einfach Avocado auf irgendeinem Brot. Das ist mein Favorite. Und ich habe noch einen kaltgestellten Kaffee von vorgestern tatsächlich. Oh mein Gott, Akku blinkt. Ich habe noch einen kaltgestellten Kaffee von vorgestern, den ich von meiner Schule so gemacht habe, also Eiskaffee. Und den sie nicht getrunken hat. Deswegen werde ich mit Dabas jetzt noch einen Eiskaffee machen und dann frühstücken. Ungefähr zwei Sekunden, nachdem ihr den Clip von mir draußen auf der Terrasse gesehen habt, musste ich voll anfangen zu weinen. Und so, weil, keine Ahnung, ich saß auf dieser Terrasse und habe mich so umgeguckt und habe so in unseren Garten geschaut und die Sonne hat geschiehen und so. Ich wurde so richtig emotional und ich liebe halt das Haus, in dem wir leben. Also ich bin halt noch nie umgezogen. Ich lebe halt schon immer hier. Also auch als Kind sind wir nie umgezogen oder so. Also ich lebe seit meiner Geburt hier und das ist einfach, keine Ahnung, so viel Erinnerung in diesem Haus. Und so ist es einfach auch ein richtig, richtig schönes Haus. Und es ist halt schon immer mein Zuhause gewesen. Und ich gehe ja nicht für immer. Ich gehe ja nur für ein halbes Jahr. Und das habe ich ja auch schon ein paar Mal gemacht. Aber irgendwie hat mich da so voll die Erkenntnis getroffen, so wie schön ich es habe und wie dankbar ich sein kann. Und auch so, es waren so halb traurige Tränen und halb freudestränen, weil ich freue mich total auf Wien. Ich freue mich wirklich drauf. Aber ich werde halt meine Familie und meine Freunde so doll vermissen. Ich glaube, das ist nicht das letzte Mal, dass ich diese Woche Wien werde. Aber ich habe mir gedacht, weil das Licht so schön ist und weil die Sonne so schön draußen scheint, dass ich einfach mal meine Yogamotte draußen auf dem Balkon ausrollen könnte, weil das eigentlich voll der schöne Ort ist, um Yoga zu machen. Das mache ich, glaube ich, später. Und vorher wollte ich noch die Geschenke für meinen Bruder einpacken. Der hat am Samstag Geburtstag. Falls euch interessiert, was ich ihm schenke, ich habe zwei Sachen für ihn. Das erste ist eine Kartenmischmaschine, weil wir immer zusammen Karten spielen und wir so oft sagen, oh mein Gott, das Mischen ist so nervig, wir bräuchten eine Kartenmischmaschine. Und so halb als Joke, halb weil es, glaube ich, halt wirklich cool ist, habe ich so eine Kartenmischmaschine geholt. Und dann habe ich ihm noch was quasi selbst gemacht. Also ich habe einfach so ein basic weißes Longsleeve genommen und habe dann halt da was drauf gedruckt. Also vorne steht was und hinten steht das gleiche nochmal in groß. Man kann es gerade nicht so gut erkennen. Es ist halt einfach so ein Insider zwischen uns. Und ich dachte, es wäre ganz cool, wenn ich es so ein bisschen so dezent aufdrucke. Dann ist es halt was, was man wirklich gern anzieht, aber es ist ja trotzdem irgendwie ein funny Shirt, was ihn vielleicht ein bisschen an mich erinnert oder so. Genau, die packe ich jetzt ein und dann machen wir ein bisschen Yoga. Ja, die packe ich jetzt ein und dann machen wir ein bisschen. Und was ich euch ganz vergessen habe zu erzählen im letzten Vlog, wir haben ja mir die Haare dunkel gemacht und Jenny blonde Strähnchen gemacht. Und wenn man Strähnchen macht, hat man ja viel zu viel übrig von der Farbe, wenn man so Drogeriefarbe kauft. Und dann hatten wir kurz die Idee, mir so vorne zwei Strähnen blond zu machen. Ihr kennt das bestimmt, ich habe dieses Bild gefunden und ich war so... Es sieht so nice aus. Ich weiß nicht, ob ich das rocken würde, aber ich war kurz, ich war wirklich so kurz davor, das zu machen. Also wirklich so kurz. Und dann dachte ich mir so, nee, wenn ich meine Haare blond mache, dann mache ich sie ganz blond und das wird irgendwann noch passieren. Irgendwann wird das noch passieren, aber ich war wirklich so kurz davor, mir die Haare so zu machen. Und ich war einfach die ganze Zeit wie dieses TikTok so, girl, don't do it, it's not worth it. Ja, ich habe es nicht gemacht, aber offensichtlich habe ich es nicht gemacht, aber ich finde es schon sehr, sehr cool. Ich finde es schon sehr, sehr cool. Und Jenny und Yalina waren auch so, oh mein Gott, mach das, das wird so gut aussehen. Bla, 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 die haben mich so richtig abgehypt und ich war so, soll man es machen, soll man es machen, soll man es machen? Und dann habe ich mich aber doch dagegen entschieden. Aber irgendwann, ich sage euch, dieser Wunsch ist schon so lange da, irgendwas blond, also meine Haare irgendwie blond zu machen, der kommt immer mal wieder und irgendwann wird es passieren. Und ihr werdet die Ersten sein, die es mitkriegen. Irgendwann passiert es, aber für jetzt bin ich eigentlich zufrieden mit der Farbe, wie sie jetzt aussieht. So, nachdem ich jetzt eine halbe Stunde auf dem Boden gelegen habe und nichts getan habe, weil ich mich davor drücke zu packen, weil ich gar nicht weiß, wie man bei sowas anfängt. Ja, aber es bringt ja nichts, es muss ja gemacht werden und ich glaube, wenn ich nach und nach so die Woche immer was einpacke, dann ist es nicht so überwältigend, wie wenn ich an einem Abend so alles packen muss. Deswegen werde ich jetzt mal den ersten Koffer holen. Ich rechne damit, dass ich zwei Koffer brauchen werde. Mehr kann ich halt eigentlich nicht nehmen, weil ich kann nicht körperlich mehr als zwei Koffer plus meinen Rucksack tragen, weil ich muss ja noch vom Wiener Hauptbahnhof zur Wohnung laufen, das funktioniert nicht. Und ich glaube eigentlich auch nicht, dass ich mehr als zwei Koffer brauche, wobei ich mir nicht so sicher bin. Ich will ja noch so ein paar, also ich nehme ja nicht nur Klamotten mit, ich will ja, keine Ahnung, ich muss ja auch ohne das Zeug mitnehmen und ich weiß nicht, alles halt, wenn man umzieht. Man muss irgendwie alles mitnehmen, aber ich kann logischerweise nicht alles mitnehmen, weil ich nur zwei Koffer habe. Aber egal, ich laufe schon wieder von mich hin, ich werde jetzt mal die Koffer holen, den ersten Koffer holen. Und anfangen. Ich habe mir vor ein paar Tagen, Wochen, Tagen schon eine Packliste geschrieben. Okay, hallo, Fokus. Ich habe halt so 100% irgendwas mega Wichtiges vergessen und ich habe keine Ahnung, mit was man am ehesten anfängt. Ich glaube, Kleidung packe ich jetzt noch nicht, die brauche ich ja noch die Woche. Ich muss ja noch mal waschen die Woche. Ich kann noch gar nichts einpacken, oder? Weil mein ganzes Duschzeug brauche ich noch, mein Kontaktlinsenzeug brauche ich noch. Ich könnte Medikamente einpacken und so random Wohn-Sachen. Oh man, ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Ich muss halt keine Handtücher und keine Bettwäsche mitnehmen, weil die ist vor Ort, die brauche ich nicht mitnehmen. Okay, wir mal schauen, was ich schon einpacken kann. Okay, ich habe mir jetzt noch mal mit Verstand die Liste angeguckt und ich glaube, ich kann nur halt so Kleinigkeiten einpacken, die ich halt wirklich noch nicht brauche. Aber was ich machen kann, ist auf jeden Fall all meine Pflanzen schon mal hochbringen, weil wenn ich weg bin, würde ich im Keller, denke ich mal, niemand so häufig sein. Deswegen werde ich meine Pflanzen dann ins Wohnzimmer stellen, dass sie genug Licht bekommen und auch da von meiner Familie gegossen werden können. Es sind jetzt ein paar Stunden vergangen und ich habe eigentlich systematisch quasi mein Zimmer durchgeguckt und geguckt, was ich davon brauche. Also ich habe da angefangen, bin die zwei Regale durchgegangen, was brauche ich hiervon, dann alle meine Schreibtischschubladen und die Ecke und dann habe ich das komplette Regal durchgeguckt, was ich davon brauche und da unten beim Nachttisch schon mal so ein bisschen das ausgeräumt, was ich halt nicht mehr benötige die Tage und das liegt jetzt alles hier rum. Und ja, das kann ich eigentlich schon einpacken. Meine Yogamatte liegt da auch schon drin. So Leute, ich werde jetzt mal wieder Sport machen. Lange ist es her. Ich weiß noch nicht ganz was, aber ich glaube wieder so ein paar meine Reife war gerade oder so, was mich dann wieder killt. Aber ich habe richtig das Bedürfnis, Sport zu machen. Das gibt es selten, deswegen. Let's do it. Ich glaube, ich brauche nicht erwähnen, dass es anstrengend war, aber es hat auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe das 12 Minuten Happy Sweat Workout gemacht. Es waren nur zwei Minuten und ich bin einfach fertig. Was willst denn du jetzt da hinten? Ich habe einen Happy Sweat Workout gemacht. Ich habe jetzt die letzten Tage mal so ein bisschen mit dem Packen angefangen und habe einen Koffer, der sich so langsam jetzt füllt, einfach mit allem Zeug, was nicht Klamotten sind. So sieht es bis jetzt aus. Ich habe hier noch einiges an Zeug rumliegen. Ich habe mir halt hier so eine Liste gemacht und da ist der Koffer mit den Dingen, die ich bis jetzt eingepackt habe. Und ich glaube, das war eine ganz gute Idee, nicht so an einem Nachmittag alles zu packen, sondern so nach und nach immer ein bisschen was einzupacken, weil das ist nicht so viel auf einmal. Und es gibt den nächsten Tag auch jetzt nicht so viel Zeit, deswegen ist es gut, dass ich jetzt schon mal ein bisschen was wegschaffe. Macht eigentlich Spaß. Ich mag Koffer packen eigentlich. Ist halt nur komisch, wenn man nicht für einen Urlaub und eine Reise packt, sondern umzieht. Musik Ok, ab hier kannst du schneiden, Fiona, weil wir haben jetzt erstmal überlegt, wie das hier funktioniert. Sieht richtig wasted aus, du denkst, dass ich arbeiten bin, obwohl ich nicht arbeiten bin. Und wir haben jetzt mit deiner Familie jetzt viel vorbereitet, ganz schnell oben. Und jetzt gehen wir mal hoch, gucken uns das an und warten, bis du da bist, ne? Hallo! 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 Hi! Komm her! Komm mal zu uns hoch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist so. Oh mein Gott! Tschüss! Das ist ein ganz kaltes Witterbeckchen. Ich war schon so traurig, dass ich alles so war. Oh, du bist das Auge! Jetzt fängst du jetzt auf die Pizza gefreut, kannst du ahnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Okay, kurzes Update. Ihr habt eben gesehen, ich wurde einfach komplett überrascht. Ich hatte nichts geahnt und ich war so perplex. Das ist richtig toll. Die sind alle noch oben, nur ich muss gerade noch fertig packen. Ja, das ist alles ein bisschen chaotisch gewesen die Woche. Ich wollte euch eigentlich ein bisschen mehr mitnehmen. Aber ich bin jetzt fast fertig mit packen. Und das ist die Hauptsache. Es hat lange genug gedauert. Und ja, ich zeige euch mal, wie es hier gerade aussieht. Also die Seite ist schon komplett voll. Das ist fast voll. Hier ist der Rucksack, den ich mitnehmen werde. Und der Koffer ist eigentlich auch so gut wie voll. Ich muss eigentlich noch so ein paar Sachen einpacken. Mal schauen, ob ich die auch irgendwie reingequetscht kriege. Aber ja, das ist das Update. Morgen geht's los. und dann geht's los. Und dann geht's los.